Musik 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 Wie soll ich geheimnis, eventuell zu fuhren? Weiss nicht, wie aus euch sich anheize zu geben, so viel zahre in meinem Leben. Raschachunen in Oma, am Heiligen Reben, wo es sich anheize zu geben, wo es sich anheize zu geben, so viel zahre in meinem Leben. Aber wenn es sich anheize zu geben, so viel zahre in meinem Leben. Aber wenn es sich anheize zu geben, so viel zahre in meinem Leben. So viel zahre in meinem Leben. Und wie aus euch, wo es sich anheize zu geben, wie aus euch, wie aus euch. ZANG EN MUZIEK 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 Oh, 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 oh La, 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 la also ja 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 Liebe und sagt alles, Baby und sagt alles. La 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 Musik 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 Ohle, 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 let's die und dance, Hey, 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 hey Musik 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 song Musik Musik Jesus kommen zu mir, Rosh Hashanah. Er hat gesagt, Motser Rosh Hashanah, beigte schön, zieh de oyer, in erheert schön, wie de Schamesch geit aufwecken zis Liches. Verzaten, und gewohnt nach kleinen Dörferlich, in Städtelich, legt da nach Schamesch, ein bauzulte Mensch, jeden zufrieden, in Klappen auf den Fenstern, steigt so auf zis Liches. Er hat gesagt, bei mir, den ganzen Jür, warte ich nur auf Rosh Hashanah. Also, wie Rosh Hashanah geht herüber, warte ich schon zu hören, wie de Schamesch geit, aufwecken die Steiz, auf zis Liches. Einige kommen zum Rosh Hashanah, es ist mir sehr schwer, zu kommen zum Rosh Hashanah. Keinein gehörige Dauwene, kann ich mit dir essen, kann ich keinen Platz schlucken, es ist mir sehr schwer, zu kommen auf Rosh Hashanah. Ich will kommen auf Shabbos Shiva, ich will kommen auf Jum Kippur, ich will kommen auf ein zweites Mann. Aber der Rebbe gesagt, sei hier ein scharfer Wort, ja davenen, nicht davenen, ja essen, nicht essen, ja schlucken, nicht schlucken, aber wie kommen Sie mir auf Rosh Hashanah. Wenn wir hier die Worten, seht ihr so sehr, schreckt dich, weil sie seht die Person, sie sind mir daf, kommen wir nach oben an, fuhren nach oben an, viele, mit davenen, ja davenen, nicht davenen. Was und was zu groß, als wir in Rosh Hashanah, wenn sie kommen zum Heiligen, haben Rosh Hashanah, als Aza davenen, ist nicht du, in der ganzen Welt. Aza is orres, Aza ne bechies, Aza ne is bodetes, was geht sich auf hier in Oman, in nicht du, in der ganzen Welt. Aber mit dem Allem hat der Rebbe gesagt, ja davenen, nicht davenen, ja essen, nicht essen, ja schlucken, nicht schlucken, alle dürfen kommen, sie mir auf die Schuhe. Der Rebbe hat gesagt, andere Tzadike, andere Rebels, wollten sich gewünschen, zu haben, Aza, Rosh Hashanah, wie bei mir, ist noch Ere, Rosh Hashanah. Das ist das Schleume, bei der Rebbe, das kann man doch vielleicht massiv sein für den Menschen, muss das nicht euch gewinnen zu sehen. Nur da viele Ere, Rosh Hashanah, weißt du, solche, sie gehen zum Rebbe, sie sehen Ere, Rosh Hashanah. In Zudatik, in Kluli, in Macht, wie die de Wuren, wenn man sich in das Wald, vernei, beschnört, aber sie geteilt in ein ganzes Jahr, im Ewen, hinne Miach, euch bist ein Stein in der Herz, die Geiste, wie in Basel, euch bist ein Aza in der Herz, sie lasst, wie ist das, sie lasst, ein Stein kann weinen, beim Heiligen Rebens ziehen. Dort ist ein Mücken, wo Menschen kommen sich zusammen, vereins, ausgießen, seine Herzen, zum Eibisten, zu gehen, vor einem Eibisten, die Beine, die Leute, mit dem Wilmer, zu gehen, zu gehen, in dem Wilmer, verrechten, in seiner Maße, in dem, ich komme, du auf den Platz, wo ist mir nicht, ich komme, du auf den Platz, in der Beine, zu gehen, wo ist mir nicht, ich komme, du auf Oman, also ich will gehen, verbringen, die bessere Plätze, zu verbringen, also ich will gehen, umfahren, hoch im Weif, der Einer, was kommt auf Oman, zu umfahren, die bessere Pfanne in der Welt. Und ich will sagen, als wir die Eibisten, gebrengen, die Mabel, in die Eibisten, die alle heiße Kweller, oder die Eibisten, die Beine, die Lostapur, Kweller, an Menschen, die sich kennen, gehen, boehen in dem. Das ist natürliche heiße Wasser, in der Zephurt, der Fertz des Ruhel, in der Tverje, Mama, und ich will gehen, die Einer, mit der Beine, mit der Hode, mit der Gäu, mit der Beine, mit der Tverje, mit der heiße Wasser. Das ist nicht wirklich, alle Wäten, in der Gäuze, als in Jerusalem, und ich will, kann ich in Jerusalem. Das ist nicht die Tverje, für mich. Aber die Eibisten, die Gäuze, in die Aufkirmen, in der Regel sind, drei, und die Leute sagen, die meins der Jiden führen neue Regeln, man führt sich Boden, in Yerishalayim es gibt es besser, in dem ist in Yerishalayim, in Yerishalayim ist nicht du, sondern besser. Vielleicht Marosh sagen alle Juren, hat das gemacht, als in Oman kann man nicht sein wakwem, wieviel man will sich wakwem machen, man kann nicht sein wakwem von wo. Menschen sollen nicht sagen, fuhrst du auf Oman, machen ein Leben. Nein, in Oman ist nicht so ein Geschmack begeistert. Wer ist es noch nicht gewesen in Oman? Er redet so auf der Bresdler, ja man tut sich wo es man will, und man fuhrt sich auf Oman, er ist geladen zu kommen sein Oman, er ist geladen mitzuleben in unser Chaim, Teuf, mein Oman. Aber da sind wir nicht der Bresdler, jetzt machen wir sich freilich, wir sind freilich, wir kommen zum Reben, wir fühlen sehr der Heuben, wir fühlen sehr in den Lift, wir fühlen beim Reben, aber der Gif ist bequemer in der Heim. Bessere Bette tun in der Heim, bessere Essen tun in der Heim, ja. Ja, mit allen Hotels. Mit, das ist schön, die Hotels haben. Nicht, es ist auch bequemer zu sein in der Heim, es ist bequemer zu fahren mit den wabenden Kindern, auf Jonte von einem Amerikaner Hotel, oder etwas anderes, geht sich immer auf Oman. Der Reb hat gesagt, die erste Nacht, das ist schon, vierig, drei Mannen, Wegen dem, also greift man sich jetzt, entstehen wir schon jetzt. Ich finde, 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 das ist schon sehr gut, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich finde, ich komme auf Oman, auf Russische Schöne. Wer, sie will, ich komme auf Russische Schöne zum Heiligen Reben, die muss ich mit der Pfahl sagen. Doch ich will, ich komme und ich komme zum Heiligen Reben, zu gehen. Ich finde, ich komme aus Russischen Schöne, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, Er hat einen Mann, 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 der war, den sie zu suchen, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, dass ich mich nicht mit Breslauch. Und weiter ist er ein Heiden bei gewissen Hasidus, wo es dort hat, man hat nicht gekeckt auf das Tisch, wo der Tisch ist gelegen, alle Gieten mehr an. Und er hat sich die Beine Scheleule, wie kann ich kommen auf Oman? Ich will fuhren zum Reben. Die Terrens von allen, die uns kennen, ist, kommen auf Oman. Nur nur ein Weg, die wir kennen, kommen zum Reben. Aber ich habe zahm beten, da bist du. Jeden Tag. Mach es sich an viele Heilige Beschef. Wie will ich fuhren, da bist du? Ich will dich fuhren zu dir. Ich will fuhren in Oman. Ich will dich fuhren, da bist du, da bist du. Ich muss ein Eidens suchen, ich nehme zwei Eidens. Als wir sind, kommen zu sein, ziehen, werden meine Sachen zu sein. Heilige Beschef, ich will fuhren auf ein Platz, nur zu werden, nehmt es dir, helft mich, da bist du. Aber viele wollen, wenn ich fuhren auf die Hand, auf Florida, was ich auch nicht beten, da bist du. Aber viele wollen, wenn ich fuhren auf die Hand, oder zu chillen, was ich auch nicht beten, da bist du. Weil jeder sagt, da bist du. Aber da bist du, jetzt fuhren, dass ich takke nur von dir. Takke nur von dir, ich meine dich nur, weil ich will sagen, eine Ehrlichkeit, helft mich, ein bisschen. Als man war, soll mich losen, fuhren auf die Hand. Man tatte Mama, soll mich losen, fuhren auf die Hand. Man schweren Schwiegen, soll mich machen, kann mich leuken, so für mich, als ich fuhren auf die Hand. Da habe ich gesagt, vieles. Da habe ich gesagt, beten, dass ich ein bisschen, in mein Seuge, in mein Kind, zum Kamm und Kamm und zum Heiligen Reben ziehen. Du gehst ein Buch im Yeshiva, wo es bedenkt hat, wo sie sein Leben nicht kennt, und kommen auf oben an. So haben sie gerade kein Passwort. Ein Passwort können wir nicht allein machen. Aber bis hinter 18 Uhr darfst du um deine Eltern, ob es um jeden zu gebeten, im Mai wichten, in noch eine Pfille, in noch eine Pfille, in noch eine Pfille, ein Tropfen Wasser, in noch ein Tropfen Wasser, in noch ein Tropfen Wasser, in noch ein Tropfen Wasser, Spalt den Stein. Was ist jetzt? Der Tropfen Wasser auf den Stein. Noch ein Tropfen, noch ein Tropfen, in noch ein Tropfen Wasser steht aus, wie es auch weich gesagt hat. Es ist gut nicht. Was kannst du schon ein Wasser tun? Bring ein Boerer, bring ein Tracker, bring ein Driller, bring ein... Nun, wie sagt es, die Maschine, was man hackt auf das Gas? Wie sagt es, die Maschine, was man hackt auf das Gas? Sandbläser. Die ganze Gas schackelt sich. Die Geist, einfach in einer Stein, mit Wasser. Ja, ich werde es auch verzeihen. Also Rebakkiva ist gewähnt, Amur hat's. Rebakkiva hat nicht gelernt. Er hat nicht verstanden können lernen. Er hat das schwache Kopf. Er gewähnt an Paster. Er hat ein Schäferlich, in gepasht Schäferlich. Amur geht durch den Stein. Und er sieht, wie es trottet Wasser. Und er demandt sich, als Juren zurück in den Dorn gegangen, auf den selben Platz. Und der Stein hat nicht geholt ein Loch. Der Wasser hat gelegt, der Stein hat er gesagt, oh, das war es mit mir. Als Wasser kann Spalten aus Stein, kann teure Spalten am Kopf, kann Tvillen alles spalten. Das ist auch ein Tvillen. Am Mensch darf sich Zügewein und beten am Eibisch in jede Sache, wo sie darf. Der Reb hat uns gegeben, am Atuna, wo sie heißt, his bodades. His bodades ist nicht kein schreckliches Wort. His bodades, in Jiddisch meint es, red, sie da Eibischte auf dein eigene Sprache. Ins bucherem du Yeshiva, rov bucherem, sondern bequem, sie reden in Jiddisch. Wenn du willst, dass es geht, mazbers an Schleumi, redst du auf Jiddisch, geist in Asad, in de macht sie da Eugen, setzt sich weg, er geht in der Bäume, du in Kemp, wo du spazierst. Heilige Baschefer, deis in deis, badet mich. Heilige Baschefer, deis in deis, stört mich. Heilige Baschefer, kickt sie man Pan, wo sie hopp, man Pain. Hopzar, konnest zu dem zu reden. Dus dem Atuna, wo der Reb hat uns gegeben, mis bodades, in der Reb hat gesucht, wer hat Mashiach heranbringen in der Welt. Mashiach hat aneben in der ganzen Welt, und kann ein Schoss, Pulver, also Pulver ist Gunpowder, der Reb hat gesucht, Mashiach hat aneben in der ganzen Welt, mit seinem Maul, hat heranbringen in der Minne Menschen, hat uns lehnen von Kind in Keit, Jink in Alt, Groß in Klein, daft steppes, reet sie daibischter, konnest zu dem Gebeten, beit noch amul, konnest zu dem Gebeten, tausend muul, beit tausend in ein muul, konnest zu dem Gebeten, hinter tausend muul, beit hinter tausend in noch amul, chassal socken am Mensch, beit daibischter, ihnen wird nicht geholfen, wo sollt ihr ihn? Noch amul beten, steigt in Pusik, Kavayel Hashem, beit daibischter, hofze daibischter, chassal, stark dich, wa amaitz libeichu, in stark dan hart, in, vekavayel Hashem, im beit noch amul daibischter. Bemaile, als ich kein Problem, sei schwer, ein Mensch, auf ein steiner zweiter Mensch, jede Mensch hat sahen, moich, sahen, weltele, in, sahen, moich, in, sahen, wel, sehtem, wie er kann nicht kommen. Wo ist der Eidze? Bei der Eidischter. Reb Nusson hat gesagt, der Eidischter, beschaffen, a Welt, und in der Welt, die du, sei, das nach Weltelig. Haan, die du, in der Welt, sieben, billion, Weltelig. Jede Mensch, is a Welt. Ein Mensch ist im beitrisch, in er tracht sich für seine Dages, wie er liegt keine Batsun, mannen, geübers, wie kann ich herausgehen, für meinen Planter, kiekt er in dem ganzen Schir, goeie, wie gelap, wo i le Boehrer, am ich bin also herausgefahren. Das ist ein Schuchenleben mit ihm, der selbe Zag. Wenn ich um mein Jeschir, ich miche, miche, ich kai, ich schtrui, ich kann es gar nicht schüllen Baisen, der ganze Oilem, der sich Mechayen, der ganze Oilem, jeder hat sich sein Leben, a Welt, mit Weltelig. Das ist das Dritte Ingemann. Er hat sich ja paar Nuss, er hat sich schüllen Baisen, er mit sich mit der Kind, der tracht sich zu sich, also dreimalteran, mit dem Dävenen, wo sie zusammen mit mir. Jeder Mensch hat seine Welt, eine Welt mit Weltelig. Das ist eine Fluss, aber wir treiben, die beschaffende Welt. In jedem Mensch ist eine extra Welt, der Oilem, bifnai, a zmoi. Eine extra Welt, wegen dem kann man nicht dansen anzweiten. Kein muss nicht suchen, also ich führst dich auf, also ich tiste, also ich redest dich, weil wenn die was gewähne, jenem Smatzef, willst du gewähne, viel ärger. Manchmal dachte man, ich will probieren, dansen zu sein, an einem menschlichen Kopfschiss. Man kann keinem nicht wissen, wo es ein Mensch ist, ein Riber, in wo es geschehen, in so ein kleiner Möich, etwas verdreht geworden, in dies, macht er sich ein Zürich aufhören. Man fragt ihn geladen, ob er Zürich gewähne, wenn es gassene gehad, aber pur wird er von den Geladen, weil es immer, wenn er sich in den Zürich an Montagnacht schiebt, wenn er rauskommt, wenn er rauskommt, wenn er zu wissen, als man kein ist, verlangen, jeder soll trachten wie dich. Du hast einen Weg vertreten, der war aber den zweiten Weg vertreten, jetzt die Kinder, haben schon den dritten Weg vertreten. Man kann nicht verlangen, jeder muss trachten einig. Jeder muss gehen auf den selben Fiestritt wie ich gehe. Ich habe meine jinge Juren gehad, meine Sachen, die sind auf mir, bei meinem Lef, vier ich mich jetzt anzuhören. Mein Vater hat ihr Leben gehad, vier zieh sich anzuhören. Jeder Mensch vier sich anders. Bei meinem Lef, wenn du dich in den Zürich 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 dann kommst du nicht anzuhören. Das ist schwer. Das ist schwer. Das macht es nicht knallig. Kenne ich auch, wie ein Mensch macht es nicht knallig. Dies ist nicht der Weg, wo sie mich kämpeln, als ein Mensch will kommen, zum Rehm. Verkehr. So ist es für ein Mensch, wo ist das schwer? Lass dich es kommen, die hast du nicht anzuhören. Kopf hat er an ein Zeichen. Beidei bist du jeden Tag. Wenn dich der Manns-Dich-Phänomen was schäfer, ich will einmal in meinem Leben solche Sachen zu gehen, zu dem Zadig. muss er jetzt sie gesucht, als ich will mich leigen in den Längen, in den Breit. So leh ich mal teufel dir. Bei den Paisen, ein lich im Aros ziehen, fische joheltachtes, weil mich leigen in den Längen, in den Breit. So leh ich mal teufel dir. 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 Wo ist das ein Problem? Das hat mich gebringt auf Ohm. Das hat gesagt, ich rechess mich von Umfang. Dann habe ich aus für mein Tage gelacht. Ich habe das Gefühl, du hast das Ticket. Fuhr auf Ohm. Das ist immer ein Massen und das will. Aber eben, eben in der Kopf ist es immer so, ich fuhr nichts auf Ohm. Das kann es nicht. In der Kopf ist ich kann es verstehen. Später ist es auf mich darüber gegangen. Ah, es ist nicht gesagt, aber ich habe mich nicht gehabt. Ich habe kein Geld und ich habe gesagt, ich kaufe ein Ticket. Trachte ich zu dich. Oh, verstehst du das? Oh. Es muss der Weg sein. Man will beäutet sein, man kann sich sein, man kann sich sein, man kann sich nicht aufhören. Einer kommt, der sagt, er braucht keinen Fuhrmann, Tate, Geiz, ich habe einen Fuhrmann, man kann sich nicht aufhören, fache, man kann sich nicht aufhören. Medaille, das soll kommen, in der Tate soll kommen, der schönste, der größte, wo er ist, als er bringt sein Fuhrmann aufhören, er redt schein zu sein Taten, denn er stellt ihm zu ihr scheine Dieren, mit scheinen Sieders, Tate ging aufhören, die müsste es einmal sein, Tate, die alle, was fuhren, zu der Heilige Rebbe der Meile, aufkauft alle Fuhrmann auf Lezensk, das ist kein Lezensk, das fuhren zu ihr, der Tate, die sich anzusehen, und mit der Kimmel zu sein, noch was die Heilige Rebbe der Meile zu ihr gesucht, die Tate haben gesucht, das weiss, das Geiz der Heilige Rebbe der Meile zu ihr, das starb mit Scheiven, Und wie nennt man das? Weil ein Heiliger Meilich gewann so groß, wer hat gesehen dem Heiliger Meilich Bekhajof, hat sie wieder geteilt. Gewann haben wir gewöhnt, 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 die Masse für die Biankele. Das ist ein Freund von Przeworsk. Ich würde sagen, das ist ein Heiliger Meilich. Ein Jidiger Geusses hat nicht gekannt, sterben. Aber die Geusses sind auch nicht gekannt. Die Geusses sind die größte Jesire. Man hat nicht gewusst, wo es ist. Der Mensch, der alte Jid, der alte Kracher, der Leidiger, der Pister ging, der Mensch, der Geusses, wie sie gekommen sind, hat sie gesucht. Und die Kinder nach ihm gefragt, er hat ihn ausgefragt, hat er ihm vertraut, als er gewöhnt am Heiliger Meilich. Er fragt, ihr geist nicht kennenzulernen, wie lange das Schievertien. Ihr müsst Schievertien. Er wollte sterben. Er hat sich in der Mitte zu bescheuert, der ganze Leben, ich will nicht, er hat es herausgezogen, er ist weg von der Welt mit Schievertien. Er sagt, er sagt, er geht jetzt, nach dem, der Tadik ist, er sagt, er geht nicht weg von der Welt, und dem, er solltet sein. Von wo? Weil gedäulem Tadik, er geht nicht weg von der Welt, er geht nicht weg von der Welt, er geht nicht weg von der Welt, wenn er lebt. Ich suche dich von dir, ich suche dir noch mit der Lusikäude, die gewerter, also, das können wissen, wenn man kommt, ich mache von dir. Ich gehe jetzt nach Hause vor, auf ein Camp. Eines, ich gehe nach Hause in zwei Wochen. Oh, die Zeit der Hasidim, die Zeit der Rebbe, das ist so, ich hab die Zeit der Rebbe, ich hab die Zeit der Rebbe, ich hab die Zeit der Rebbe, das können noch zu suchen, in die Mama Ghazal, nicht eben noch zu suchen, es ist gedacht, die Zeit der Menschen, von dir, dass es keinen Chazal gibt. Gedäulem Tzaddik, bei Missuson, Jeusser, mir bechaiaiai. A Tzaddik, wenn er wird nifter, ist er größer, wenn er lebt. Tzaddik, bei Missuson, ich ruhe im Chaiim. Noch ein Chazal, A Tzaddik, wenn er ist weg von der Welt, wenn er ist nifter, lebt er. Die Chazale suchen verkehrt. Eines, was ich nicht ehrlich ist, wenn er lebt, lebt er nicht. Lebt er nicht. Ich stelle in der Teutung, auf Pi, Schnee im Aydem, Jemas, Hamais. Zwei Aydem können wir suchen, wenn Menschen geteilt werden, sollen wir dem gehargten Mensch, für die Gemurie gehargert, Jemas, Hamais, sollen wir teuten dem Teuten. Im Teuten dem Lebedigen. Ein Lebediger Mensch, wo geht es im Teuten? Auf Pi, Schnee im Aydem, Jemas, Hamais. Jemas, Achai. So geht der Gemurie, so geht der Chazal, einer, wo sind dich, der Rusche, wenn er lebt, lebt er nicht. Er ist ein Teuter Mensch, er wagt darin, Teuterheit. Er esst, er trinkt, er geht, er kommt. Aber bei ihm, du hast das wissen, aber man kommt zu fragen, die Furze, die Teute, du hast dich nicht mehr Teute Rebbe? Du hast gestern nicht vorgesprochen, der Lebediger Rebbe, Mann, Rebbe nicht Teut. Wo ich mich habe, Lebediger Rebbe. Der Rebbe macht mich Lebediger jeden Tag. Der Rebbe macht mich Lebediger jeden Tag. Der Rebbe lebt mich aus zu lernen. Der Rebbe lebt mich aus zu lernen. Der Rebbe hat mir gesagt, was soll kommen Sie immer frische Schuhe? Er liegt ganz, sie immer frische Schuhe. Er füllen mit Messias Nefisch. Rebbe Nuss und der Muge wollte er rausbringen, was er an der Talmide, was heißt Oman, hat er gesagt, soll man ausleigen, spitzige Nägel. Nicht auf der Köppelichsäte, in der Kopf, auf der Spitzsäte. Vier Mann, Hose bis Oman. Wollte gekrochen und gespringen, auf dem Sie ganz, mehr haben sie gespringen. Sie wird sich gestochen. Drei darauf ein Nügel. Aber wie kommen Sie zum Rebbe, auf der Schuhe. Rebbe Nuss hat gesagt, ich habe darauf, dass wir den Himmel kommen, dass wir den Abschen, noch einmal die Rutsche kommen auf der Welt, und ich habe keine Ahnung, noch einmal die Vormann, dass ich anders nehmen, die Gildel, wie die Anche im Heuven. Wo es dann mal so, ein Mensch kommt darauf, auf den Himmel, das darf man wissen, der Rebbe hat es gesagt. Wenn man kommt darauf, auf den Himmel, wenn es dann ein Mensch, auf seine Masse, was er geteilt, und man geht in den Absch, man geht in den Absch, die Auswahl, will es gehen, und man geht in den Absch, wenn man auf der Welt sagt, dass der Rebbe gesagt hat, dass er nicht nügelgel ist. Man kann es denken, viele Menschen mit dem Scherz, man kann es denken, aber man muss sich mit dem Rebbe auf die Birem, man kann es denken, vielleicht später noch nicht nügelgel ist. Nicht nügelgel ist. Der Rebbe sagt, dass er in der Besen der Welt sagt, macht es mit mir eine Ahnung, du. Du willst, du willst, du willst, ich bin nügelgel, wenn du nügelgel bist, dann sagen wir, dass er nicht nügelgel ist, 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 mit dem hat der Rebbe ausgesucht. Also ich will wissen, dass ich kein Gein zum Rebbe ziehen, er will noch einmal rücken auf die Welt. Inswie lange ins Leben weiß man nicht, was heißt das Zadig. Inskennen wir nur weglegen in der Zeichel in Gleiben, in Minnes Gachumam, Verstehen, wo ist der Rebbe, wo ist geschehen beim Ziehen, wo ist etwas der 10 Kapitel, wo ist das, wo ist der 10 Kapitel. Ich gehe ganz stillen, in ganz stillen, wenn du dich anklagst, alle meine Kochmüssen, wo ist etwas der Kapitel, wo ist etwas bei der Ziehen, immer hat er um Kassel, wer sucht, wie steht es, in der andere Zadig, Kassel auf Kassel. Der Rebbe gezocht, haben wir Kim, sie haben, auf Rieschon und Oman, hat er alles verrecht, man soll Kim, mit sie zusammenziehen, gehen wir mit Britten, zu suchen, und suchen die 10 Kapitel, die Frage, sie müssen die Aufklärung nicht verfahren. Der Rebbe gezocht, die erste Ticken, aber ist, wo ist der erste Ticken, nicht übertrachten. Noch hat der Rebbe gezocht, die erste Sache, keine Mikve. Wenn man geht die Mikve, was man, ob man sich da weinen. Noch, das muss man suchen, die 10 Kapitel, zu tun. Buri HaShem, Hand in Oman, ist, wenn du, alle Sorten Mikve. Ja, sie fragt, sie darf keine Mikve noch, A viel haben wir, finde ich, einer, wo sie sagt, ich kenne dich nicht mehr, die größte Mikve, kenne dich nicht mehr, die schummelt ab, dass du mehr lockst, wie sie habe, in der Mikve. Na, muss ich also, es ist, es ist eine, es ist eine, sehr schwere Sache, Oman Mikve, über Hand, Buri HaShem, Hiduf, feine Mikve. A viele bei uns allein, haben wir uns eine private Mikve, von den Buchern mit ihnen geladen. Nun, wir kommen zum Rebbe, folgen mit dem Rebbe. Der Rebbe sucht Mikve, kein Mikve. Du willst, das ist schwer, jetzt keine Mikve. Oibia, darfst du machen eine Calculation. Erstens, nimmst der Rebbe, was der heißen Fasten. 84, dann heißen, für jeden Mal. So ist der schwerer. Erstens, 84, dann heißen, mit der Sand geringe, wir gehen in Mikve. Jetzt haben wir ein Rebbe, ein Rachmunes Digge Rebbe, ein Gringerebbe, aber er bebt, in so ein Gehen in Mikve. Ein Bresel, ein Kusset, geht in Mikve. Schmeckt dich nicht Mikve, nehm mal schauen nach dem. Ich verstehe dich, so schmeckt dich nicht Mikve. Mikve ist schmittig, no. Mikve, Menschen kommen her an, Menschen weisen sich nicht, wie sie aufzuhören. Ein halber Boer nehmt eine Mikve, ich bin mir geeft, wir sitzen da an Boer, ich bin mir geeft, wir sitzen da an Siben, Siben, und dann Dendrof, ich bin mir geeft. Ich habe keine Mail in der Hand, mit dem ist da ein Mail. Der Mikve ist da ein Mail. Ja, Menschen wissen, dass sie aufzuhören. Menschen wissen, dass sie aufzuhören, dass sie aufzuhören. Schön. Aber, fast, es ist das Schwer, sie trugen auf sich, der Virus. Der Hazal suchen, man sagt, des Bruches, immer, nur, nicht, ne, rechiss, wollten, die beeiligte, gemacht, rechiss, aber, die Augen sollen können, sehen, wo es, die, sich, uparim, der Mensch, wenn es ein Virus ersündigt, hat der Mensch gefalligt. Jedem, wo er Mensch sindigt, beschaft er, Klippes. Das ist nicht, ob es eine Sache, wo es, ich weiß, kennen Sie sein, es können sein. Da habe ich, der Trahmun, es geht auf den Menschen, hat er gemacht, dass es in Sommer, es nicht können sein. Azadi können sein. Azadi können sein. Ein Mensch kommt, sie kommen mit ihm mit, tausender, hinderter, tausender, Klippes, immer schießen, bis sie keine Puterwehren versagen, man denkt sich an, im Mikveh. Aber was ist schwer? Die weiß, Schleumi, weißt du, was ist schwer? Jede Sache, muss man versteht, nicht durch das Schiffes, ist schwer. Azadi, wo du möchtest, ich versteht, ich darf es stehen, und du hast Azadi, schwer. Jotze, nein, Schauern ist echt schwer, es ist eine Schauer. Du buchst mit einem Wohlem, eingeladen mit einem Wohlem, er geht nicht, ich habe einen Schatz gekostet, es rostet, es rostet, weil er versteht, ich darf es stehen. Wus der Mäu, ich versteht, er darf es stehen, und nicht durch das Schiffes, wie schwer. Als auch, wenn ein Mensch weiß, dieses Mal leben, nicht durch das Schiffes, wie schwer. Wenn es kommt, ein Mensch darf weiter leben, sucht die Welt, dass ein Mensch keuchert, was hindert Menschen. Wus hindert Menschen. Wollt nicht, ihr kennt ihn, kennt ein Mensch, die zu feiten für sein Leben. Weißt du von dem? Ah, man sucht, dass eine Mama, kein Ofer, macht viel nach Hause, aber rostet, dann haben wir die Baby von dem. Ist es schwer? Ist es schwer? Nein, ist es nicht schwer, weil sie darf ihr Kind, damals ist gut nicht schwer. Alles ist der Mäuer. Das ganze Leben von einem Menschen ist der Mäuer. Aber ein Mensch macht, das ist mein Leben. Wus kennt ein Jied, er reicht nicht den Schiffes. A Jied, sie zieht ihm nicht, ich kann sich das Schiffes haben. Viele sie zieht ihm, aber wus, weil in seinem Mäuer, weiß er, Schiffes darf ich hieten. Neben der, was versteht nicht, dass ich darf hieten, Schiffes schreit, ich kenne nicht, ich kenne nicht. Also du kennst nicht, du willst nicht. Der Mäuer hat die Schmachle gewöhnt, an die darfst du stehen. Der Pfarr, an die wir sie kommen zum Reben. Indie will es folgen, der Reben, der Reben sucht mir sogar eine Mikve. Mikve ist der erste Ticken abris. Es ist schwer, es ist schwer, wie lange ich verstehe, ich wusste meinen Briss, ich wusste meinen Ticken abris, ich wusste meinen Pagam abris. Wenn ein Mensch auch noch wissen, was es heißt, Pagam abris, hat es schon gut, ich gewöhnt schwer für ihn zu stehen. Aber der Mensch weiß es nicht. Dann sehen wir nur, Geld, Covid, Aweires, Fon, ich will sehen, wo sie hier getehen, wenn ich hier gesendet habe. Der Chazal sagt, wenn man kommt in Schiel, bei der Drusha, 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 wie viel so wie, was, 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 machen wir einen Platz da, wo ist es geschehen. Wo ist es geschehen? Weil alle kommen heran, mit der Drusha, die ganze Machen. So ist es in der Chazal. Der Drusha, nur der Drusha, der Drusha, der braucht es. Hä? Haidochke, de Kalle. Jetzt haben wir die Früge gelehnt, bei der Schie, der macht es gut. Nur, wo ist das, dass du Kalle? Ja, immer de Kalle. Bei der größten Schie, bei der größten Drusha, Faryante. Haidochke, de Kalle, mein Ayi. Das befeilt das, das stippen ist, ich meine, ich mache mich los, ich gehe mit der Drusha, ich gehe nicht schnell, aber was ist geschehen? Jeder, der Drusha, noch so, die Chazal, das ist der Bekett, die weh, du gerieben, du. Noch Bekett, die weh, du gerieben, du. Der Rekl. Geh, man kann, jeder halbe Jahr, der Bekett, 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 der Kalle, nein, Nein, an einer kommt auch in die Schieche. Wie geht es zum Schiechster? Schmeiß heraus und kauft einen neuen Schiech. Nein? Wie viele Schiechster sind du in Stutt? Wie viele lange in die Villageburg? Wie viele Schiechst du? Du weißt nicht mehr, Kinder, wie viele Schiechst du sie gewinnen? Jede zwei Gasten gewinnen als Schiechst. Ein Mensch in die Kauf der Schiech, wird uns gelattet, wird uns darauf gepatcht, hier noch ein Patch, hier noch ein Patch, schlägt man sehen, Menschen gehen mit Bäckchen, mit Räcklich ugerippen bei den Corners. So können wir sagen, wo ist das? Jede, man macht mit der Hand, die Mais stippt sich kein Mensch, die stippt tausende mal schießen. Sie stippen sich, stippt sich durch, räbt sich auf die Säden, räbt sich auf die Säden, räbt sich auf die Säden bei den Hecken. In das Kämmer ist nicht ein. Wieso können wir Pütter werden, in der ganze Zeit? Man denkt sich an die Mikveh. Nicht nur man denkt sich an die Mikveh, der Rebbe sagt, aber man hält an, in das Wasser, bis man fühlt schon, man kann schon nicht raus, man... dann kommt er auf, dann muss man es weg, nimmt dich an den Ganzen. Weil, das ist ein Riech. Die Klippen sind nicht gemacht für Lift. Lift mit Wasser geht nicht zusammen, die Bici machen Bubbles. Brrrr, sie geht nicht auf die Säden. Halt sich nicht Riech mit Wasser. Wie viele können wir mal sagen, können wir das alles aufregen? Aber man darf gleich mitnehmen. Man muss auch gar nicht nehmen, man denkt sich an die Koppelwasser, wie ist die Arbeit? Nein, man soll sagen, Mem, Su, Wasser, Regenwasser. Wurst? Das ist Mikveh. Hübsch der Breschler, wuchser, bebieter folgen der Rebbe. Hübschleum ist es schwer, dann ist er anlegend an der Twilis. Ich gehe mit Talmiden, dann haben wir gesagt, hier gehe ich keinemelig, gehe ich in die Mikveh. In mir haben wir Lamed. Nicht nur an Lamed, in der Fremde Talmeteure, in der Chaniokkische Talmeteure. In der bessere Talmeteure. Die bessere Mischpuche. Wir haben nicht gepasst geschickt, in die localen Meisters, haben wir geschickt dort. Balbatische, bessere Schmeckers. Und hier haben wir gewonnen, mit der Testmalame. Nun, ich habe mich gefragt, ein Bucher, habe ich eine Mikveh? Ich weiß nicht, was Mikveh ist. Ich zei, ich habe mich von der Levo nach oben. Mann, tatte, gehe ich eine Mikveh. Mann, sei die gehe ich eine Mikveh. Ich weiß, wie du willst. Aber ich habe angefangen, eine Mikveh. Ich weiß nicht, habe ich Bucher, die wollte folgen der Rebbe, der Rebbe zu sich scheinen. Ich weiß nicht, ich habe Bucher, wenn ich sage, Bullies. Da sagen wir, schuhe zu reden für Mikveh. Es reden für einen zu den Eibister. Es reden für mich, das ist der andere sein. Mikveh gehe ich nicht gehen. Ich mache okay? Ich gewinne Eibik, weil ich kriege mich nicht. Nun. In Englisch auch, man hat, du kannst ihn nicht fighten. Mach Schule mit ihm, ja. Wir können beenden. Join him. Fein. Aber ich glaube nicht, wenn du in die Kirche gehst, ich habe mich nicht die Kirche zu sagen. Vielleicht in die Kirche zu sprechen. Und nach dem, immer noch einmal. Was ist das, Ich habe dir noch geblieben, ich bin kein Mikveh. Ich bezeuge mich dann nehmen, in der Stilleheit. Und du, als du in die Kirche, du hast noch etwas gekauft. Mikveh? Besser als Schmeckers gewesen. Inzümer ist kein Mikveh. Geh mir so ein bisschen mal her. Es schmeckt euch nicht die Mikveh. Nein, wir schauen nach mir. Schmeckt dich nicht die Kuschere Seife, was man legt da oben in der Mikveh? Nehm, dann Seife die auslieb. Seife, die nicht geniegt. Nehm Shampoo. Shampoo, die nicht geniegt. Nehm Conditioner. Conditioner, die nicht geniegt. Nehm Lotion. Lotion, die nicht geniegt. Nehm... Komm alles ausgedeckt schon. Was? Body Wash. Body Wash ist nicht geniegt. Schau ich noch. Aber geh in Mikveh. Denk dich an in Mikveh. Reb Nussan hat gesagt. Die fragst du mich wegen Mikveh. Es muss immer gleich Maschir. Ich glaube, das bedeutet, ich gehe Maschir noch wegen Oma. Es muss immer gleich damit. Reb Nussan hat gesagt, Jassi. Du hast aber gepäult bei der Haiebischte. Wer seid geh in Mikveh, wird oben zum Sofa gekämpft. A viele Menschen sagen, der argste Mensch, er will dann an Movie Kicker. A Tierermensch. Er geht schmutzige Plätze her. Er geht in noch schmutziger Plätze. Ich will sich so ausgehen mit dem Maul. In Besmeidrisch. Er geht in... Da habe ich schon aufgeten, wie er geht. Aber er hat keine Mikveh. Er hat alles verrechten, weil Mikveh bringt, as man soll werden, eine ehrliche Jeet. Schmeckt dich nicht die Mikveh? Nun. Nehmen wir einen Schauer nach dem. Verkeert. Man darf sehr achten geben. Man soll nicht schwitzen. Man soll nicht schwitzen. Man soll nicht schwitzen. Man soll nicht Diorien. Aber man soll nicht gar kein schlechter bekommen. Ja, sehr wichtig. Aber keine Mikveh. Das ist dann nicht getrachtet. Man kann sagen, cool. In keine Mikveh. Also ist man Menschenhand ausgestellt. Oh, da bin ich ein fremder Bucher in der Schiefe. Und ich folge alles, was man mit den Schieren besuchen. In... Geige Mikveh. Oh, da bin ich raus von dem System. Aber du bist raus von dem System, kennst du noch als keine Mikveh. He, das ist mir gefragt wegen Mikveh. Das mache ich immer auf die Schiehe. Das ist keine Mikveh jeden Tag. Verhandt. Das ist eine Mäulige, geringesachte keine Mikveh. Wenn ich mich auf die Bucher gewinne, nicht zu lange zurück, dann kann ich mich auf die Maschinen beim Reingang von der Mikveh. Sie gehen auf die Mikveh. Bist du aufgestanden, fahrt zehn als Eiger. Sie kennen keine Mikveh. Einer ist nicht. Sie darf keinen sichern, Apothektia, Schlüssel. Aber sie kennen keine Mikveh den ganzen Tag. Hand. 24 Schuhe kennen wir keine Mikveh. Bist du aufgestanden, zu kostet Geld. Zu kostet Geld an Mitzvah. Der Reibber sagt, für eine Mitzvah darf man bezahlen Geld. So sagt der Reibber, der Reibber sagt, für eine Mitzvah darf man bezahlen Geld. So sagt er nicht, dass er nicht gedeiht sich an sichern, mit einer Mikveh. Der Reibber sagt, für eine Mitzvah darf man bezahlen Geld. Eine Mitzvah nennt man nicht im Sinn. Sie kommt jetzt, was? Mikveh ist eine Mitzvah. Man sagt von der Heilige, der Reibber, die Arne Karliner, die sich jetzt so jungen alleine. Mikveh ist nicht kein Mitzvah, wo steht in der Teure, aber darf man gehen. Tug mit dem. Aber was Mikveh bringt sie an Kedische auf einen Menschen, kann kein Mitzvah nicht sie bringen, dem Menschen. Die Chazal verzeihen, in interessanterweise, wenn eine gewollt, geht ihnen an eine Weile mit einem. Getroffen hat eine Mitzvah, wenn sie einen gewollt, geht ihnen an eine Weile. fragt sie ihm, zuge mir die leidigeier, hast du eine Mikveh wie sie gehen in der Nacht, wo sie uns geheimer sind, gehen? Sollte nein, oi oi oi, takk dir, ich meine Tina nicht, Habeine, ich habe eine Mikveh. Ich habe immer hier die Kasse, nein, ich weiß noch, was das Fax. Fuss! Ein Mensch, ich weiß, sie die Tina nachweilen? Die hast du ein Problem mit Mikveh? Hallo? Wer ist die gewollt, Ich frage es. Ich frage es. Mase. Bei Uda Mecha. Ich frage es. Ich frage es. Ich frage es. Hast du eine Mikve? Hast du fertig zu sich zu teufeln? Ich frage es. Was? Hallo, was? Ich frage es. Ich frage es. Nur die Kasche ist der Territz. Die Kasche ist der Territz. Seiste, was die Mikve können Sie bringen, Sie haben Menschen. Seiste, was die Mikve können Sie bringen, Sie haben Menschen. Aber viele Menschen sind verkrochen. Die Mikve bringt sie zurück zum Eibischen. Ich darf eine Mikve. In der Mikve wird sie geraten von einem Virus. Das Problem ist. Sie haben die Verhebungen an Breslinien gewiesen. Sie haben sie lieb. Was ist das, was mit den Bremsen schon gesagt? Was will ich nicht an Breslinien gewiesen haben? Sie haben es auf einem Bumper. Es hat es nicht verstanden, wir haben sie nicht láge. Ich erinnere mich. Einen fundiert sie. Ich erinnere sich an Breslinien. Danach wieder. Dannaie ich mich immer auf. schön hat er erfunden wer sich ein Zeug in dem Rebensnummer nach, 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 nach geht um Jeschias schreibt man auch nicht nur Jeschias ist da nicht oben alle Zures von der Welt ist da oben, hat die es nehmen dem Rebensnummer in die es machen, lezun es auf keinen Fall, a Rebensnummer tut man nicht raus, so geht es in Chazal, so geht es in Hilches Gevoit Rabboi, in Schülchen Ur das Ranking, Siemereich Schmem, Alef Reischmem, es gibt da wo er Reischmem, Alef in Jürdey Hilches Gevoit Rabboi, wo nicht Rebensnummern, a Bresle wird man nicht, aber klebt in der Kar, oder ich weiß ich spiele Gitar du, es du Bresle von Chassidem spielen Gitar, du Klosenberg und Chassidem, wir spielen auch Gitar, ja in diesem Koroch, Bresle spielen Gitar, Satmarag Chassidem und du spielen Gitar, du Satmarag Chassidem spielen Gitar, ja Alleinstern, wenn sie du es hat, wo wir spielen heute Wieso wird man a Bresle verchusset? Am erleden der Rebens wurde im Erfolg der Eiz, was der Reb wird gegeben Der größte Eiz, der beste Eiz, was der Reb wird uns gegeben, ist was? Is Bordedus Warte, reibt sich eine ganze Masse Was ist Is Bordedus? Wie tut man Is Bordedus? Wenn tut man bei Enki in Schive Is Bordedus? Wieso geht man auf Is Bordedus? Mach es nicht so kompliziert Is Bordedus meint Ich red zu der Eibischter auf Mann sprach Ich red Jiddisch red ich zum Eibisch auf Jiddisch wo ist wo ist er liegt du? Wo ist er kwetsch du? Wo ist er kinder zäil? Ich schaffer helft mich zu schumka gehoi wuz Ich schaffer helft mich zu lümm schulen bay ich will nach es für meine kinder Wenn man die Kinder mit Kindern hat, dann schreibt er aus jeder Kind, ich schreibe auf das 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 Kind. Ich schreibe mich mit den Eibisten. Dann sprach ich in Englisch, Musi, your language is in Englisch, talk to Hashem in Englisch. Hashem, help me, I don't have, I have, Gäuvers. That. And I need, I need a Shidduch, and I want to be healthy, and I want to be happy, and I want to be, I want to be, and I want to learn every day, a little bit gemisch, a little bit mishnayis. Hashem, help me, just have a nice, and I want to be happy. And that this is my question, that's the best of my life is in Englisch, that's the Spanish, the mother in the home came from Argentina, that's the Spanish, that's the best of us to speak Spanish, that's the Spanish, that's the Spanish, that's the Russian, that's the Spanish, that's the Spanish that you are about to make, you are between... Schau das doch auf ein Cipher. Jeder meint, du lernst nicht, du hast ein Problem, du hast. Keiner sagt, du willst, Heilige Bershefer, helf mich. Kijk, ich gehe wegnehmen mit dem Maier, Geist nicht, wo sich die. Heilige Bershefer, helf mich. Das ist das, wie ich lerne. Du hörst den Maier, ich hörst du. Heilige Bershefer, helf mich. Ich will Aishia, Heilige Bershefer, helf mich. Ich will Gassen um. Heilige Bershefer, helf mich. Hopp auf Merachemunas. Hopp Zaren leben. Hopp Weitung in dein Leben. Hopp nicht zu ihm zerreden. Du sagst, der Rebbe zu uns gelernt. Heißt, das Reden zu Meibisch jeden Tag. Temmels bist du Bershefer. Jemand darf nicht werden kann Bershefer. Der Rebbe nicht gewollt, aufstellen eine Partei, wie alle Parteien. Leider, leider, in Bershefer, verdreht man auch das an den Kopf. A Bershefer, er ist a Bershefer, er nicht kann Bershefer. Was ist a Bershefer? Der Rebbe gewollt, nehmen ganz klar die Ruhe, im Brengen zu Meibischen. Jede Jede, mit seinen Rebbe, so weiter darf er in den Bazar Rebbe, er so weiter kann er in den Hugen von den Rebbe, er so weiter kann er in den Hugen von den Rebbe, und er so sich erweckere, er kann kein Kiehizeh von den Rebbe. Aber, nehmt die Eize von den Bershefer Rebbe, für ihn zu den Eibischen, wusste, direkt verzeihen von den Eibischen. Er wusste, die Haus gibt es in dein Leben, direkt gut nicht. Ich habe alles, ich habe Schulen bei, ich habe Geld, ich habe Kinder, ich habe Haus. Dank des Eibischen. Bet für andere Jede. Und so geht Mashiach heranbrengen in der Welt. Naarische Chassidim, drehen sich eine Rebbe. Die Mashiach kommt, nicht überrasch, in den Rebbe. Er geht in den Rebbe. Er geht in den anderen. Er geht in den anderen. Er geht in den Rebbe, der Rebbe kommt amul zu, er geht an der zweite, in den Rebbe. Der Rebbe, er geht in den Rebbe. Er geht in den Rebbe. Er geht in den Rebbe, der rebe will. Er geht in den Rebbe, der Rebbe geht. Einerische Menschen! Der Rebbe! Verswierd es, der Rebbe ist, Ende dieses Gnäste, das ist auch Sonnen. Und alle Boni und Menschen haben uns, das ist eine Person von euch. Was sagt das? Der Rebbe ist eine Person von euch an die Tzedim, aus dem Ein Beispiel der Tzedim, wie wir schon keine Tzedim, wie wir schreitbar sind und mit Keiner Kinder. Der Rebbe ist die Zeit machen. Der Rebbe geht in den Rücken. Der Rebbe geht mit Ahrink, die Tzedim war wieder davon? Mit seinen Geheimnissen, mit seinen Geheimnissen, jeder weiß noch nicht. Die Welt sucht, was ist ein Möchöl? Was ist ein Ring? Was ist ein Eiväun? Wer ist der Erste? Wer ist der Zweite? Ein Ring? Wenn man sieht, wie Reben tanzen, noch eine Mitsvotanz, alle Reben zusammen, wer ist der Erste? Wer ist der Zweite? Wer ist der Dritte? Jeder kennt sich viel mehr, wie er schleppt den Ring. Nein. Ein Fahrer ist der Weitler, der Letzte. Ein Fahrer im Tracht, ich schleppe den ganzen Ring. Eine Familie, der Letzte. Also, das ist ja kein Sinn. Jeder eine zusammen. Narische Menschen. Einer sagt mir, der Geheimnissen, in der Smedrisch, in Willensburg. Wie... Wie... Chassiden, der Geheimnissen von einer gewissen Rebe. Ein Möchöl kommt mit einer anderen Art. Lachen wir sagen, äh... Er kommt mit einer hohen Rebe. Er ist ein Karpese Biesches von Satmer. Nein. Stellt euch, ein Möchöl kommt mit einer hohen Rebe. Die ganze Satmer aus. Aus! Wo ist das Möchöl kommt mit einer flache Rebe? Wo ist die sagen? Wo ist die Klauselmöge sagen? Biesches, nein? Er ist ein Möchöl mit einer flache Rebe. Aber der Chassiden muss die Geheimnissen geben. Wo ist das denn? Stell dich vor, Möchöl. Der Chabatz gehört, Möchöl kommt mit einer hohen Rebe. Nur, der Chassiden muss sich gar nicht accepten. Das ist der ganze Kopf, der Chassiden. Wo ist das Möchöl? Wo ist das Möchöl? Wo ist das Möchöl? Möchöl gibt eine Sache heranbringen in der Welt. Der Rebe sagt, Möchöl gibt eine Kirche, die heute ist Messiasch. Messiasch Ilmim. Er geht machen Menschen schmissen. Messiasch ist eine Luche wie Psych. Er geht machen Menschen rennen zu einem Eibischen. Vajayitza Yitzchok Lusiach Basude. Yitzchok, er gedacht das Scheder, wo ist das Gedein? Wo hat Yitzchok getrieben, er gedacht das Scheder? Vajayitza Yitzchok Lusiach Basude. Er sagt, für alle Bucher, er macht jeden Bucher. Er sagt, jeden Tag in dem Zimmer. Geil spazieren du auf dem Feld. Im Beten am Abend bist du nach Scheder. Wettet, wer nach Hause noch im Zimmer. Laisa, du hast ihn vergessen. Einmal nach oben bist du gegangen. Jeden Tag, Heiliger Beschef. Ich gehe spazieren auf dem Feld. Ich darf nach Scheder. Nie wusser geschehen. Wusser geschehen. Wajayitza Yitzchok Lusiach Basude. Vajayitza Yitzchok Lusiach Basude. Gemahle im Buhim. Geht, bekimmte sich einer ganz zu machen. Riffke gekümmen. Wo hat Yitzchok, wie ich nicht gedacht. Wo hat Yitzchok, wie ich nicht gedacht, was Yitzchok Lusiach Basude. Wenn ich nicht gedacht habe, was Yitzchok Lusiach Basude. Wenn ich nicht gedacht habe, was Yitzchok Lusiach Basude. Jede Maref. Sogen wir ins Faru. Laini, Shila, Malis, Esu, Aina, Jelle, Hurem. Mai, Ayin, Juvoy, Ezri. Wer macht das Kapitel? Ich werde alles suchen. Jahnke, wie ich nicht. Wenn ich gehe nach Scheder, werde ich das Kapitel tellen. Wer macht Maref? Jahnke, wie ich nicht. Jetzt bei Maref suchen wir das Kapitel. Wo ist Jahnke, wie ich nicht. Ich sage mir, Sihila, Malis, Esu, Aina, Ichai, Bof Mane, Oigen. Alle Hurem zu den Berg, Mai, Ayin, Juvoy, Ezri. Für wie gehe ich treffen als Scheder? Wie? Wer hat mich wehlen? Jahnke, wie nicht. Er hat Gönisch gehad auf sich. Er ging, die übermacht, und warte in seinen Jarten, mit ihm stecken. In der Rübegegang in den Jarten. Eis aufs Einekel ist ihm noch gelaufen, zu hergenen. Hat Jahnke, wie nicht gebeten, ich bete, glommig leben. Er sagt ihm, Wo soll ich einfach von Maseide? Maseide hat mir gesucht, dass ich dich hergen darf. Er sagt ihm, was nicht geheir. Die Euremah, heißt das wie ein Teuter Mensch. Unichusheb kmes. Er nimmt alles, was ich hab, er sagt ihm, was schmerzt? Er sagt ihm, was nicht gebeten. Er sagt ihm, dass er jemand nicht mehr verbreite, er sagt ihm, wenn er jemand in den Gelen, der Geld gelegt, und wenn er jemand nicht mehr verbreitet, er sagt ihm, wie auf Jitzchuk geschah, wo er auf dem Jitzchuk scherzt, er sagt ihm, 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 und die Jewelry, hat er getragen, hat er sich umgeteilt, mit kaltelig, hinter den Händen, und hat meine Finger an oben, hat er immer gehockt, hat er gesehen, er ist klein, hat er nicht gut. Hat er angefangen in den Küchen, hat er gehalten, hat er behalten, bis dahin war da, mit dem Maul. Das ist gut, bis es gut ist. Ihr darf Geld. Und er bekam einen Aschidrach, weil er gebeten hat, mit dem Maul. Es ist ein Kind, die sich niederlässt. Wenn er es nicht mehr macht, es ist ein Kind, oder es ist ein Kind, oder es ist ein Kind. Es ist ein Kind, Amen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hefscher, Hefscher, ich mache ein bisschen Stürr in der Bass. Ich kann ihn hören, weil er ein bisschen heiserig ist. Wo soll ich Tina sich abzuhören? Wie soll ich gehen in, die wem soll ich vorhören? Ich weiß nicht, wie er soll sich anheit zu geben. So viel zar in meinem Leben Dann bin ich in der Oman, weil er heilig hat これ Das sollen sich auf지를 Canon gerade bringen. Wie soll ich auf dem debris? Das sein, wo ich darin bin, können wir dann O Neibe, man peckele zures, dort harubleigen, an eile Leben, O Neibe. O Neibe, man peckele zures, dort harubleigen, an eile Leben, O Neibe, man peckele zures, dort harubleigen, an eile Leben, O Neibe. O Neibe, man peckele zures, dort harubleigen, an eile Leben, O Neibe, man peckele zures, dort harubleigen, an eile Leben, O Neibe, man peckele, ant eile Leben, O Neibe, man peckele zures, dort harubleigen, an eile Leben, O Neibe, man peckele zures, Tem eile Leben, O Neibe, man peckele zures, Vielen Dank.